Ach komm schon. Welcher Idiot hat dir zugemacht? Wir müssen leider einen Umweg nehmen. Hey, was weißt du über dieses Monster? Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Hör zu. Ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermental Service. Kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Whoa, whoa, whoa. Wovon redest du da? Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Komm, hier geht's lang. Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt. Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von Starz. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten. Isoliert. Die meisten der hunderttausend Zivilisten werden wohl tot enden. Äh, Korrektur. Untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen's nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite. Nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Superkopf. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist.